Moin Moin und herzlich willkommen aus der Computerstube nach Schwentine, einem kleinen Fluss im Norden Deutschlands. Wir spielen hier Seven Days to Die, Alpha 20, erste Horde. Das ist noch frühmorgens. Ich glaube, ich werde mal in den Wald gehen. Ich muss noch mal Bäume schlagen. Was habe ich jetzt am Holz bei mir? Tausend. Holzstachelfein, Alpha 20. Mach ich mal die 54? Da schau ich mal. 4.000 Holz zusammenfüßt. Fasten kann ich nach der Horde. Ich werde noch mal die Horte essen. Und... Juckersaft drängen. Hm? ... 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 Ah, die Ausdauer. So, auch wenn ich nichts vorhabe, dass da Zombies ins Haus aufs Dach kommt, dann, glaube ich, doch noch mal zwei, drei Zorn, bis es leicht zu erledigen. Dann müssen wir dann nächste Level und dann... ...stärke auch nochmal wieder ein bisschen hochziehen. Was haben wir jetzt? Knapp 500. ... ... ... ... Das war ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir sollen eben auch nur nicht hier auf die Idee kommen unbedingt, hier gleich automatisch dran zu schlagen. Also ich hab die Horde relativ klein eingestellt. Ich will die Welt erkunden. Deswegen ist auch der Level sehr niedrig eingestellt. Das war's für heute. Das wäre jetzt die Möglichkeit aufs Dach zu kommen. Ja, kommt man. Okay. Das Problem ist, dass ich hier noch ein sehr großes Vordach hab. Ich will die auch runterlaufen, was mich eigentlich auch ein bisschen stört. Das war's für heute. Ausdauersparen. Das war's für heute. Also ich weiß, dass es mit den paar Speicheln, die ich jetzt gesetzt hab, dass es sehr unzurechtlich ist. ist, aber da ich erst vorhin gar nichts zu machen... Ich glaub, ich hol mir mal ein Fahrrad. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay. So, da ist ein Vogelnest. So, da ist ein Ei drin. Hier ist ein Baum. Das war's für heute. Okay. So, da ist ein Baum. So. Zwei Schläger noch. Ein. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, da ist ein Vogelnest. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach, jetzt weiß ich, was ich überhaupt nicht gemacht hab. Eigentlich baue ich noch gerne Fackeln auf, damit man was sieht. Tierfett habe ich... Ich habe eine Fackel. Ich habe nicht die Materialien für eine Fackel zu bauen. Ich bin in der Wildnis. Ich wollte, dass man was fragen könnte... Ich bin in der Wildnis. Ich bin in der Wildnis. Ich bin in der Wildnis. Ich habe gerade die Ausdauer. Ich kann hier noch einen Baum schlagen. Ich bin in der Wildnis. Ich bin in der Wildnis. Ich bin in der Wildnis. Ich habe noch nicht für ein Level abgereicht. Ich bin in der Wildnis. 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 Wildnis. Das ist schön. Ich will in die Stärke investieren. 2, 3, 3 Moin Eigentlich wollte ich nur wissen, ob hier... Oh Warte mal, ich muss mit dem Axt verletzen Der muss mal repariert werden So, zum einen Jetzt noch eine Falle Ne, ganz so schnell will ich nicht haben Aber ich... Ich sag mal 50 kann ich schon mal wieder gut gebrauchen Ich warte mal wieder Und Cute Ich warte mal wieder Und wie weine Ich schwelte Es ist Ich schwelte Ich schwelte Ich schwelte Ich schwelte Ich schwelte Wenn ich Ich schwelte Na komm schon, warum... Willst du mein Parat nicht? Das ist ein Fuckelnest. Ah! Das ist auch noch egal. Blockpicks. 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 da war ich glaube ich bin ja eigentlich schon durch wir sind vorhänge da war Das ist ein Off-Wanger. Das ist ein Off-Wanger. Das ist eine schöne Garage, um ein Fahrrad abzustellen. Das ist eine schöne. Das ist ein Off-Wanger. 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 Ich glaube, ich habe da eine Kleinigkeit eben übersehen. Ich habe, glaube ich, Fackeln gemacht. Das ist ein Off-Wanger. 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 so so right Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Na, haben wir die nicht. Das war's für heute. 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 Das ist... Das war's für heute. 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 Ich weiß nicht, dass das Bein heilt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab bis jetzt nur die Werkbank stehen, noch keine Schuhe, noch gar nichts. Ist freigeschaltet, gut, Zutaten. Oh, Herr. Okay, da ist nicht das Problem. Okay, wir können das heute das Problem werden. Ah, die Schmiede ist jetzt noch nicht freigeschaltet. Okay, da ist nicht das Problem. Okay, da ist nicht das Problem. So, Zutaten. Okay, da ist nicht das Problem. 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 Okay, da ist das Problem. Okay, da ist das Problem. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Okay. So. Okay. Ich werde ein bisschen durch die Gegend puschen. Die Hände kennen. Die nächste Stadt rein. Und dann hier am Stop-Schild einfach weiterfahren. Machen wir noch einen Weg? Machen wir noch einen Weg? Warum Alpha 19 spielen, wo es bei Tag 100 war? Machen wir noch einen Weg zusammen. Das ist ein Helden. Ah, ich fahre die verkehrte Strecke. Ja, Moment. Ich bin einmal verkehrt abgebogen. Und ich merke, es ist schon 8.20 Uhr. Ich bin schon wieder 1 Stunde 10. Der Tag ist vorüber. Das werde ich am nächsten Tag machen. Ich freue mich für alle, die zugeschaut haben. Das war's für heute. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Oder schaut gerne mal auf www.computerstube.info vorbei. Und ich hoffe, dass bis zum nächsten Mal nicht allzu viel was hat. Die Schwentino runterläuft. Und tschüss.